Also ich dachte eigentlich, wo Philipp auf die Welt kam, nicht, dass er mal Rennfahrer wird. Also der Gedanke war nicht so da. Ja, mein Name ist Peter Röttl, ich bin 51 Jahre alt, war selbst Fahrer in der Weltmeisterschaft für zehn Jahre lang, habe von 100 Grand Prix 20 auf dem Podium beendet, hatte das Glück fünf zu gewinnen. Hallo, ich bin Philipp Wörtl, ich bin 20 Jahre alt und ich bin in der Moto3-WM-Fahrer für Schädel GP Racing und naja, mein Vater ist mein Chef und er hat das gesagt. Wir haben ein gutes Verhältnis und es passt und wir verstehen uns gut und das denke passt so, also wir kommen gut aus und wir haben viel Spaß miteinander. Wir haben tolle Zeit dort zusammen gehabt und viel Spaß und ich habe immer gesagt, egal was draus wird, das kann uns keiner nehmen, diese Zeit zusammen. Bis zum nächsten Mal. Es ist spannend, zu sehen, wie er riecht, weil ich hier 20 Jahre hier riecht habe. Angst habe ich nicht. Natürlich bin ich nervös und ich hoffe immer, er kommt gesund wieder zurück. Obwohl, man hat schon gesehen, wie weit er nach vorne kommt, da kann schon mal fahren passieren, dass er stürzt. Ich denke im Moment, es ist alles da zum Gewinnen. Aber es braucht sehr speziell. Es braucht den Tag, es braucht das Motorrad, es braucht den Fahrrad. Es muss alles passen. Ich habe immer gesagt, okay, wenn du dort oben hin willst, dann musst du mich dort mit hinziehen. Aber wenn es dein Wunsch ist und du gibst 100%, dann gebe ich auch 100%. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.